ja moinze leute hallo und herzlich willkommen zurück zum neuen unboxing nein es ist nicht WWE 2K15 ich habe es zwar vorbestellt für ps4 aber ihr seht 21 november kommt es erst nein ist es nicht Borderlands Presequel das habe ich mir auch nicht bestellt sondern The Evil Within ja inclusive the fighting change pack ja heute ist Samstag der elfte Oktober und ja vier tage vom Release nochmals danke an GamesOnly und ja guckt mir mal rein in meiner kanalinfo könnt ihr ja immer gucken was als nächstes kommt und ich kriege ja noch von GamesOnly kriege ja noch was geschickt okay das macht jetzt nicht mehr GamesOnly sondern Bethesda die haben für die Vorbesteller haben die so ein Bild kriegt man da noch ja 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 Das war's für heute. Ich weiß nur, dass man da so ein Sebastian spielt, mehr weiß ich aber auch nicht. Hier könnt ihr euch mal durchlesen. Hammer, natürlich 100% Uncut. Da ist das Ding. The Evil Within. Da ist ja mein Code. Da ist der Code für den Fight-and-Change-Pack. Und eine schöne Anleitung von Bethesda. Natürlich. Also Leute, das war's mit dem Spiel. Mit dem Unboxing. Und ja, heute haben wir den 11. Oktober 2014. Öffentlicher Release ist ja der 14. Oktober. Also, bis dahin. Und ja, das nächste Unboxing kommt ja erst im November. Also, wie gesagt, in der Kanal-Info könnt ihr sehen, was für Unboxings noch kommen. Also, bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Bis dann.